Es ist 7 Uhr. Zeit für den Montagswitz. Ein Mann geht mit seiner Katze ins Wirtshaus. Er bestellt ein Bier und 10 Sabinen für seine Katze. Der Wirt bringt, er trinkt, die Katze isst, er bestellt noch eins. Noch ein Bier, noch mal 10 Sabinen. Und er bringt wieder und die Katze isst wieder. Im dritten Mal, wer es wieder bestellt, kommt der Wirt und sagt, was hat das mit den Sabinen auf sich? Sagt der Gast. Ja, das war so, ich hab eine gute Fee getroffen. Sie hat gesagt, ich hab 3 Wünsche frei. Und es war alles super ok. Ich hab gesagt, ich würd gern Gesundheit haben. Hat funktioniert. Ich würd gern Cola haben. Hat funktioniert. Nur bei der unersättlichen Muschi hat sie sich ein bisschen verdauen. Und jetzt darfst du spont campenARS. Und ich bewege es dir. Oh verd你就 nicht richtig. Verdammtbar aber es Advents auch nicht darauf macht. Vielen Dank.